Ja, Moin und herzlich willkommen hier auf unserem Surfschule Norddeich YouTube-Kanal. Mein Name ist Michael Vogel und heute dreht sich wieder alles ums Kiten. Und dazu haben wir uns heute den Arne, den Arne Schuber, eingeladen vom Kite-Magazin. Der ist der Herausgeber und heute sind wir mit Arne hier und haben uns hier im schönen Robinson-Club auf Saal getroffen, um mal über das Testen zu sprechen. Ja, wir wollen euch so ein bisschen unser Prozedere vorstellen beim Testen. Und hier auf Saal haben wir jetzt gerade aktuell die ganzen aktuellen Wave-Kites getestet. Würden wir also sagen, Arne, was sind denn so die Prioritäten? Wie geht man beim Testen eigentlich so vor? Ja, möglichst strukturiert, würde ich sagen. Denn es bringt auf jeden Fall deutlich mehr, wenn man sich so ein kleines Schema im Kopf zurechtlegt, was man hintereinander macht, um möglichst vergleichbare und auch reproduzierbare Ergebnisse zu bekommen. Und das sind gar nicht so fürchterlich viele Punkte. Es geht nur darum, dass man die einfach hintereinander wegmacht. Und dann hat man, glaube ich, schon einen ganz guten Überblick. Beim Testen, also alle, die uns ein bisschen verfolgen in den letzten Jahren, haben wir unser Schema erarbeitet. Und natürlich müssen wir unser Schema auch immer so ein bisschen im Feintuning anpassen, weil sich natürlich die Kite-Gruppen ein bisschen verändern. Zum Beispiel ist jetzt gerade super modern eben, eher Kite-Loop oder Freestyle-Wave, Strat-Blase. Also das ist alles so komplett neue Disziplinen, wo auch wir so ein bisschen nachjustieren müssen und sagen, okay, wir müssen auf andere den Schwerpunkt einfach ein bisschen verlagern. Genau, das ist richtig. Der erste Teil von dem Test ist eigentlich für alle gleich. Und da haben wir uns so ungefähr fünf Punkte, je nach Testgruppe, zurechtgelegt, die wir eigentlich immer hintereinander wegarbeiten, um dann erst in die Details zu gehen. Und für mich geht eigentlich jeder Test gleich los. Wir definieren eine Testgruppe, jetzt wie zum Beispiel hier die Wave-Kites, sprechen dann mit den Herstellern und schauen erstmal, dass wir möglichst die gleichen Größen kriegen. Sprich, für Wave-Kites haben wir jetzt halt Größen 7 und 9 dabei. Das sind recht gängige Größen, die auch einen sehr breitbandigen Windbereich abdecken. Und es macht halt für uns wenig Sinn, einen 10er mit einem 8er zu vergleichen. Da vergleicht man Äpfel mit Birnen. Das heißt, wir fliegen immer 7er gegen 7er, 9er gegen 9er, welche Größen auch immer. Hauptsache, wir haben das Gleiche, weil wir testen eben vergleichend. Wir wollen Vergleiche herausfinden und deswegen brauchen wir dieselben Größen und möglichst auch reproduzierbare Windbedingungen. Da wollen wir euch heute ein bisschen was forschen, wie wir das machen. Und ihr seht schon, also die Bilder wechseln hier immer so ein bisschen, weil da ist unser dritter Mann heute, der Michi, ist noch hinter der Kamera. Und der hilft uns natürlich auch immer ganz toll beim Testen, weil beim Testen gehört es auch dazu, wenn man ein möglichst breites Band abdecken möchte, dass wir unterschiedliche Fahrstufen haben oder Könnenstufen haben, Gewichtsklassen unterschiedliche haben. Und natürlich suchen wir auch unser Testrevier aus, dass wir möglichst viele Reviere abdecken können. Sprich vom Wind her, wie jetzt beim Wave ist es entscheidend, dass wir Sideshow haben, Sideshow haben und Sideshow haben. Das waren wirklich die Anforderungskriterien, die an einen Kite gestellt werden, im Wave-Bereich weitgehend abdecken können. Genau. So, wenn wir das Revier gefunden haben, so wie jetzt hier auf Saal, dann geht es los mit dem Testen. Das schaut dann so aus, ich würde mir kurz vorstellen, wenn wir den ersten Test da gestalten. Das heißt, wir kommen an den Strand, checken den Wind, bauen passend zum Wind auf und legen uns mal alle Testpropanten in den Größen am Strand hin, um erstmal den ersten Eindruck zu bekommen. Und der erste Eindruck ist eigentlich, wie gehen wir es an, Arne? Ja, im Prinzip ist das erstmal viel Pumparbeit. Das heißt, wir haben in der Regel pro Testgruppe irgendwas zwischen 6 und 10 Kites dabei. Das heißt, jetzt haben wir hier, glaube ich, 9, bauen alles am Strand auf und gucken erstmal, was hat sich an den Kites überhaupt technisch verändert im Vergleich zum Vorgänger oder zum Vorvorgänger. Gibt es ein neues Tuch? Sind die Nahtführungen anders? Was hat sich an der Bridal getan? Manche haben Umknüpfoptionen, dass man den Kite nochmal fein einstellen kann, manche nicht, sodass wir halt erstmal irgendwie eine Bestandsaufnahme machen. Schauen, ob die vom Trim her ausgewogen sind. Und dann geht es eigentlich aufs Wasser. Aber nicht so, wie ihr denkt, jetzt zwei Stunden mit einem Kite schön kiten, sondern dann wir tauschen so ungefähr so einen 10-Minuten-Rhythmus die Kites durch, damit wir die Kites beim ersten Mal möglichst bei gleichen Bedienungen schon fliegen können, um einen Überblick zu bekommen über Slow and High, über das Drehverhalten so ein bisschen, um möglichst gut und transparent die Kites erstmal vergleichen zu können. Haben wir den ersten Eindruck erstmal, dann kann man im Prinzip zusehen, die Kites schon so ein bisschen für sich im Kopf hinzusortieren. Gerade in spezielleren Testgruppen wie dem Wave-Test sind die Charakteristika sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es Kites, die sind ein bisschen Freeway-lastiger, manche ein bisschen Wave-lastiger, manche haben mehr Grundzug, manche weniger Grundzug und die können wir dann so untereinander dann halt immer direkt vergleichen. Und so macht es halt Sinn, sich die Kites dann am Strand halt so hinzusortieren und dann, wie Michi schon gesagt hat, möglichst im gleichen Windbereich, deswegen ist konstanter Wind oder konstant gleichbleibender Wind, extrem wichtig, untereinander halt quer zu fliegen. Und so bekommt man dann raus, diese Grundparameter oder Flugcharakteristika, wie Grundzug, High-End, Low-End, Deep-Power, Drehverhalten, Fluggeschwindigkeit, das Bargefühl, das kann man dann überall relativ gut untereinander raus testen. Genau, wenn wir das raus testen, passiert natürlich automatisch immer auch eines, wir checken natürlich auch Relaunch und die Safety. Das passiert automatisch, also jeder Test, den wir veröffentlichen, hat irgendwann mal, ja natürlich auch den Moment, wo wir sagen, okay, wir ziehen die Safety unter reellen Bedingungen, also wo es so, ja, irgendwie so zwischen 15 und 25 Knoten hat, damit wir sehen, wie funktioniert der Kite auch, wenn er ausgelöst ist. Ja, macht nicht immer Spaß, gerade wenn man tiefes Wasser hat, aber gehört leider dazu. Ist Testalltag, würde ich euch aber auch sehr empfehlen. Genau, so, Relaunch haben wir auch schon gehabt, ist gerade jetzt in der Welle sehr wichtig, dass der Kite möglichst schnell wieder rauskommt, um, wenn es mal vielleicht ein bisschen hagelig oder brenzlig wird in der Welle, damit der Kite einfach wieder schnell startet. Ja, die Testparameter haben wir festgelegt, dann geht das Ganze über einen relativ langen Zeitraum. Wir haben natürlich jetzt hier auf Saal, haben wir jetzt da praktisch, ja, so 14 Tage verbracht. Das heißt aber nicht, dass der Test nach Saal jetzt hier für uns wieder zu Ende ist, sondern wir haben so pro Kite ungefähr 40 bis 60 Stunden, den wir im Testalltag unterziehen, um ein möglichst aussagekräftiges Ergebnis zu bekommen. Genau, das heißt jetzt nicht, dass jeder mit jedem Kite 40 bis 60 Stunden fliegt, sondern halt die verschiedenen Tester in den verschiedenen Könnenstufen und in den verschiedenen Gewichtsklassen halt diesen Kite halt möglichst viel irgendwie am Haken haben, um das dann immer wieder untereinander halt durchzutauschen. Genau, und je nach Testgruppe, wenn wir diese Basics, nenne ich es mal, abgearbeitet haben, dann geht es halt in die Spezialdisziplin, wie hier eben in der Welle, dass man halt verschiedene Wellenbedingungen halt abfährt. Wir haben oben am Kite Beach oder links davon, wo wir halt viel testen, Side-on-Bedingungen, wo es dann halt mehr um das Drehverhalten und den Drift ankommt. Gestern waren wir halt und vorgestern in Ponta Preta, da hat man einen relativ starken Offshore oder Side-off, je nach Windrichtung, wo es dann um andere Sachen geht, wie man in die Welle reinkommt. Da spielt die Power eine ganz starke Rolle und Fluggeschwindigkeit. Und so muss man halt schauen, dass man halt möglichst alles, was dieser Kite können soll oder alle Situationen, die euch auch in eurem Kite-Leben begegnet, halt irgendwo abgedeckt bekommt. Also was für euch entscheidend ist, beim ersten Eindruck immer das gleiche Brett fahren. Und am besten euer Brett, das ihr zu Hause habt, egal wie alt es ist, aber nur dann habt ihr eine faire Chance, beim Kite möglichst simpel alle Charakteristika erst mal rauszufinden, um es richtig zu verorten. Und erst dann, wenn man mit den Kites vertraut ist, fangen wir an, die Bretter zu wechseln. Meistens bleibt dann der Kite gleich, nicht meistens, der Kite bleibt gleich und die Bretter werden gewechselt, um auch bei den Boards dann immer ein vergleichbares Gefühl zu reproduzieren. Genau. Es ist ein Gesamtsystem mit verschiedenen Variablen und wenn ihr die Variable Kite wechselt, sollten die anderen Variablen möglichst konstant sein. Das ist ein bisschen schwurbelig ausgedrückt, aber im Prinzip geht es darum, also ändert nur den Kite, alles andere bleibt gleich und dann kommt ihr auch zu schlüssigen Ergebnissen. Da Arne jetzt schon überlegt, welche fünf Punkte euch am besten helfen können, um strategisch, taktisch gut vorzugehen, wenn ihr mal selber auf einem Test-Event seid, die Kites zu testen. Und dann würde ich sagen, Arne, hau einen raus jetzt. Genau. Also, Punkt eins würde ich sagen, ist das Wichtigste, die Bar. Schaut, dass die Leinen gleich lang sind und dass der Trim passt, weil wenn ihr eine ausgelutschte Bar habt, bringt euch der neuest und tollste Kite nichts. Der fliegt einfach, wie ich sag's, ganz platt scheiße. Punkt zwei, guckt, dass ihr die Kites in vergleichbaren Bedingungen testet. Sprich, der Wind sollte einigermaßen gleich sein und nicht an einem Spot, wo es die ganze Zeit drauf und runter geht. Punkt drei, fahrt immer mit dem selben Brett und nehmt das Brett, auf das ihr eingefahren seid. So bekommt ja einen möglichst genauen Eindruck über das, was der Kite oben am Himmel macht. Punkt vier, vergesst das Auslösen und den Relaunch nicht. Gerade in der Welle oder beim Fäulen ist das elementar wichtig, wenn man bei wenig Wind rausgeht und der Kite nicht mehr startet. Das wird von vielen aus Faulheitsgründen vernachlässigt. Ich würde es euch immer sehr ans Herz legen. Punkt fünf, fahrt möglichst kurze Sessions mit einem Kite, sodass ihr Kites auch untereinander vergleichen könnt. Da reichen zehn Minuten, spult euer Programm ab, fahrt raus, nehmt den nächsten Kite. Und dann kommt ihr relativ schnell, glaube ich, zu ganz guten Erkenntnissen. Ja, das war es heute von uns. Und ja, ihr könnt natürlich gerne eure Kommentare, Fragen dazu schreiben. Arne und ich werden das zeitnah beantworten. Und ja, ich sage erst mal danke Arne. Danke dir. Und wir gehen jetzt wieder aufs Wasser. Ja, wir sehen uns irgendwo auf der Welt. Natürlich vorher aber gerne liken, kommentieren und verbreiten. Und dann sehen wir uns irgendwann im Wasser, aber mit Sicherheit in Norddeutsch. Ciao, servus, euer Michel.